Heute steht an meiner To-Do-Liste, ich muss einen klaren Lebensplan finden. Ich muss Entscheidungen treffen. Die erste Entscheidung ist, Hollerbrunn vielleicht noch aufzugeben. Die zweite Entscheidung ist, ich mache meinen Schwerpunkt aufs Verlegen, aufs Herausgeben. Ich verkaufe mich nicht so sehr als Künstlerin, Autorin, sondern konzentriere mich sehr aufs Gute herausgeben. Eine gute Herausgeberin. Und Lesungen, Lesetische, Veranstaltungen, Artikel schreiben, Le Monde bearbeiten, dass ich gut publizieren kann. Also mein Vision-Shirt ist regelmäßig für Le Monde. Zu publizieren für die Süddeutsche Zeitung, für die Neue Züricher Zeitung und für die Frankfurter Allgemeine. Die vier Zeitungen stehen bei mir. Achso, der Spiegel und die Zeit natürlich auch. Fünf, sechs Zeitungen. Ja, die Themen haben wir ja. Literatur, Dichtung, Menschen, Theater, Kunst, Gesellschaft, Mutterschaft, Frau, Sein, Feminismus. So, jetzt mache ich wieder ein Stopp. Hm. So, jetzt mache ich wiederよ. So, jetztANKASS.